Äh, ja, ich versuche hier immer wieder so die rundenweise zu schneiden, nur ich hab festgestellt, wenn ich auf den Desktop gehe, das Spiel mag es nicht animiert zu werden, von daher. Wird's ein bisschen Sucharbeit werden, okay, ich sollte dann vielleicht auch abmalen einfach mal ein, zwei Sekunden die Klappe halten, ne? Okay, wir haben noch, äh, ein paar Actionpunkte. Wow, das war eine erfolgreiche Schlacht. Okay, obwohl ich noch ein paar Actionpunkte habe, darf ich das nicht mehr machen, wahrscheinlich nur die Aktion, die einzelnen, okay. Äh, das Terribatorium des Zielplaneten, diese Karte kann ich gegen, auf denen sich ein Palast befindet, ich bin gerade am überlegen, ob ich hier sagen soll, äh, don't not enter oder enter. Zumindest mal Wegschicken, aber er wird so oder so kommen, ne? Ja. Nächste Runde. Mal gucken, was er macht. Ich hoffe, bitte, bitte, bitte gegen die, wie die, wie die, wie die, wie die Wittung? Er hat irgendwas angegriffen, er hat Schaden genommen. Inter. Okay, das ist nicht das, was ich gerne hätte, aber okay, er wählt natürlich die Karte, ist ja klar. Äh, hättest du nicht gegen die Wittung machen können? Jetzt muss ich mich nochmal gegen die Wittung dann verteidigen. Ah. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Ähm, Opa, aber immer. Ja. Ready for orders hier und ready for orders, würde ich sagen, hier, weil da haben wir nochmal Issy-Irene. Hier nicht plünderer Wächter. Ja, die Wächter hätte ich schon gerne, ne? Ja, mach mal das da. Warum zählt eigentlich der nicht das? Also, ja, Befehlspunkt übrigens ja blöd, ne? Hm, 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 hm. Hm, nee, wir machen wieder Track-Level, dass wir schneller von dannen ziehen können, ne? Ach, das ist ein Witz, oder? Wo will denn der hin? Wo will er hin, ist die Frage. Wir schnappen uns den Punkt. Und schnappen uns die hier. Okay, hätte ich eigentlich fliegen lassen können. Ich stepp scharf. Uh, Fahrzeuge, jetzt schon. Ja, wir hier oben die Fahrzeuge kaputt machen. Dann machen wir das da unten so. Okay, okay, okay. 190 war das andere, wenn wir noch ein bisschen brauchen. Dann würde ich sagen, machen wir hier allerdings auch gleich mal eine Raffinerie hin. So, und die Fahrzeuge hauen ab, das ist mir recht. Was bedeutet, wir können uns hier unten mal drum kümmern. Aber die anderen sind abgeschlachtet worden. Naja, das war fast abzusehen, ne? So, ja, dann einmal hier rum. Bis dahin sollten wir vielleicht kommen. Was bedeutet, wir können sie direkt mal aufrüsten, wieder? Okay, okay, okay. Er macht schon mal schön Druck. Warum nicht? Forschung brauchen wir nicht, Hanwar, okay. Tag 2 haben wir ja eh noch nix, ne? Nö, 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 nö. Müsste ich ja selber wissen. Verstärkung. Beziehungsweise heilen. Auf und dann rüber. Und dann hätte ich gerne so... Ne, ich brauche mehr Bevölkerung. Ich brauche mehr Bevölkerung. Einmal hier und... Dann bräuchte ich nochmal 150 für unten. Okay, jetzt stell das sich so ein bisschen an, die KI. Hier oben einfach nur zum Scouten, absetzen, angreifen. Halt, stopp, die hier bräuchte ich. Äh, ich würde sagen, da unten mal ein bisschen raus, ne? Kostet ja nur 150. Aber da haben wir ne große. Das wäre wichtig zu nehmen. Während ihr zurückgeht. Da drüben fährt er wieder. Oh, meine Güte. Gut, den Punkt da oben holen wir uns jetzt doch. Und... Ich hab so die Vermutung, er will hier landen. Machen wir das so. Tja. Tot. Das war ja fast abzusehen. Hier oben hin. Okay, der Turm dort unten macht mal sein Bestes. Dann haben wir da unten ne Verstärkungsstation. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt würde ich dann gerne, trotz alle, die mal hier Fahrzeug-Sache haben. Und hier oben machen wir einfach nicht mit Verteidigung. Weil es ist eh so ein Flaschenhals, wenn er da ruhig will. Viel Spaß dabei, ne? Sehr schön. Dein Wille ist meine Kommandant. Na? Auch wenn es ein bisschen kostet. Oh, Leute, 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 hört auf, hört auf, hört auf, hört auf. Ihr müsst euch hier nicht mit denen bekriegen. Ist wahrscheinlich schon zu spät, ne? Target locked. Ah, Kinas. Kolonie attackt. Ach nee, mach Sachen. Wo? Da unten? As you command. Allerdings haben wir dafür was da. On our way. Hallo? Your wish is my command. Mach auch das, was ich will, ja? Reparatur und ja, dann Bevölkerung natürlich. Shit, ich habe natürlich erst das falsche angeklickt, ne? Ja, Befehlspunkte bräuchte ich vielleicht auch mal, ne? Sollten wir wieder mal eingehen. Ähm, okay, wir werden schön repariert. Es ist natürlich jetzt lachteilhaft für den Feind. Vorteilhaft für mich natürlich. Ähm, auch wenn das natürlich ein bisschen... Schießdreck mäßig kommt. Schießdreck. Genau da, wo ich jetzt nicht wollte, greift er mich an. Und das da oben war ne Fügung des guten Willens. So, komm. Dass ich den da hier hingestellt habe. Allerdings Fahrzeug wäre nicht schlecht. Kolonie attackt. Sehr gut. Ready to serve. Sehr gut. Ihr bleibt da in der Nähe, mein Freund. So, Panzer. Mein Name. Und öp, 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 öp. Da hätten wir auch noch was frei. Okay. Läuft. Ah, die Lava ist aktiv. Sprich, ein bisschen aufpassen. Plündererturm. Ich meine, die Plünderer... Holen wir uns auch. Komm. Einen dürfen wir dafür gerne mal aufopfern, oder? Äh, jo. Mehr Leute. Und hier... Ohnen, dürften wir auch noch eine Sache machen. Befehlspunkte. Mehr Leute, natürlich. So, jetzt kommt es natürlich ein bisschen ungeschickt. Aber, da Fahrzeuge und Antifahrzeugkiller. Antifahrzeugkiller. Das ist ja auch mal so. Kolonie attackt. Na, haut halt gut ab, ne? Da hat er einen guten Vorteil. Allerdings, jetzt nicht mehr. Was war da? Ah. Da greift er einfach wieder mal so an. As you command. Irgendwas war gerade mit Ethereum-Kugel in meinem Reich. Wahrscheinlich, dass das da unten angegriffen wird. Ach, das Gebiet. Ja, ist halt die Frage. Will ich jetzt das Gebiet auch noch haben? Rein theoretisch. Können wir ja mal spicken, ob da was ist. Auch wenn mir das natürlich wiederum nicht gefällt, dass das nur so ein kleines Gebiet ist. Auf unserer Weg. Perfekt. Erwachsenen Kommande. Deploying. Ah, es ist angrenzend. Es ist angrenzend. Haha, mein Freund. Ja, dann können wir das ja da ein bisschen verteidigen, ne? So. Was machen wir da rein? Machen wir mal eine Halle der Proteaner rein, dass wir ein bisschen mehr verteidigen können. Und ich glaube, wir sollten hier und da mal so einen Turm aufbauen, dass wenn er schon meint, er müsse einfach mal so über meine Grenzen hinwegfliegen, dass er einfach ein bisschen was auf die Mütze kriegt. Und da machen wir dann noch mit einer Verteidigungslinie hin. Wo ist er denn? Da wieder. Er will da wieder angreifen. Das war ja fast abzusehen. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal Versoßen für sowas rausschmeißen. Es ist nicht witzig. Es ist nicht witzig. So. Komm schon. Ja, ich warte eigentlich nur so ein bisschen auf die beiden. Das hat er denn da kaputt gemacht. Irgendwas wieder, ne? Deine Wunschung ist meine Kommande. Die können wir mal runterschicken zum Reparieren. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da oben kann er mich ärgern, so viel er will. Und da unten werden wir ihm jetzt mal so langsam, aber sicher auf den Zahn füllen, ne? Ja, wir holen uns danach auf jeden Fall diese anderen Soldaten, mit denen wir dann auch die anderen Bots kaputt machen können, effektiv. Ja, die Frage ist, wie will ich da oben nochmal so einen Wachtturm haben oder mal einfach mal einen Aufklärungsturm? Getarnte Einheiten. Ja, ist schwierig. Da lässt er sich reparieren. Aha. Darf er gerne machen. As you command. Na, ich glaube, ein Panzerabwehrturm ist da oben nochmal etwas besser, weil er da oben seine Angriffe reinsteckt. Warum denn nicht, ne? Soldaten. Du fährst mal zurück und lässt dich reparieren, mein Freund. Ne, das wäre ja nicht schlecht. Und dann verstärken. Und meine Verstärkung darf auch mal aufgestellt werden. Hätte ich prinzipiell schon mal nix dagegen. Sieht irgendwie cool aus. Sturminfanterie. Die machen wir mal mit Teleport. Genau. So, und wenn das jetzt dann hier oben so blinkt. Also, ich hoffe, das Ding wird noch ein bisschen größer, weil ansonsten finde ich es leicht, äh, schade. Oh, Flugeinheiten. Gut, dafür werden jetzt halt mal Jäger richtig nice. Na ja, klar. Ist aber egal. Und was tut. Ähm. Das ist jetzt eher weniger witzig. Ready to serve. So, jetzt sehe ich natürlich da noch nicht rüber. Schade. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, das ist nicht so schlimm. Okay, dann kann ich so ja einfach so eben sagen. Hier runter. Also, man kann damit doch schon den Feind ordentlich ärgern. Und wenn das Ding natürlich mal größer ist und man mehr, ähm, Schaden, sag ich mal, damit machen kann, ist das natürlich gar nicht so verkehrt. Beziehungsweise größere Einheiten nicht Schaden machen, aber wenn ich mehr Einheiten teleportieren kann. Er kriegt mal ein Upgrade. Da unten darf der Feind gerne machen, was er will. Da hinten soll er doch machen, was er will. Seine Base ist ihm gleich. Finito. Oh, okay. Ja, wahrscheinlich werden wir uns jetzt nochmal verteidigen müssen gegen das Verdicten-Reich. Ich hätte das Verdicten-Reich nach oben zum Konsortium geschicken sollen, vielleicht. Wäre etwas, äh, schlauer gewesen. Aber okay. Dann, schauen wir mal. Tech-Dry hätte ich gerne. Tech-Dry vor alledem. Tech-Dry. Drei Division verloren. Okay. Ist nicht, äh, schlecht. Ist doch nicht schlecht. Gefällt mir. Ich sollte auch vielleicht mal speichern, ne? Ist ja nicht so verkehrt. Und die Klappe halten. Da war doch was.